hey ho der kleder thomas hier ja lang lang ist herr print of purgea ich hab auch sehr lange nicht mehr gespielt und so ja es musste sogar updaten und es gibt jetzt sowas ich würde sagen es ist so ähnlich wie steam sogar uplay ist das das müsste hier gleich unten erscheinen genau der uplay da kann sich jetzt anmelden und so und da werden die spiele registriert und sowas voll lustig ja ich habe mir jetzt mir die option einmal kurz angeguckt und ich habe mal untertitel und untertitel angemacht auf deutsch dass man die auch versteht so wenn irgendwas leise gesprochen wird oder so ich habe jetzt kurz einmal sound geguckt ich hoffe dass es so geht ich glaube der ist ein bisschen leise aber dafür habe ich jetzt auch untertitel zur not und ich würde sagen wir machen direkt fortsetzen ich weiß nicht mehr wo wir sind leute es ist echt lange her ich kann einfach sagen fortsetzen los geht's leute ist das stimmt ja wir haben ja in so einem epischen boss fight aufgehört oh mein gott wie konnte ich euch das antun solange kann und dann so ein boss fight hier ich kann ich euch das antun leute tut mir wahrheit tut mir echt leid das wusste ich gar nicht mehr was macht er auch was ja da kommt was aber oh mein hoffentlich kann ich die steuerung noch leute leute ich auch an nein natürlich nicht wo hammer neu ist ach so kann man mal probieren oder so lustig finde ich echt nett ich habe einen weichen meiner wie du küsst mich nicht du küsst mich nicht komm kommst du ja mal angucken der übelst lange finger ja komm schießt das einmal und dann können wir können wir hochladen und noch mal probieren hier und zack und rüber und soll ich das denn hier machen wow jetzt lol ja genau jetzt sterbe ich da oder was uncool richtig fett uncool wo die zeit die ist noch ein cooler lol ok wir sind wieder tot hamana ist sollten da rüber springen ok die katzen haben jetzt gesehen daher wissen wir uns bescheid gut einmal rüber jumpen soll man rüber kommen hammer uncool ich habe auch eine idee weiter zurück weiter zurück ok und zurück mit gerne zurück weil ich ausprobieren möchten haben wir noch als egal sind jetzt hier hier wollte ich auch hin ja runterspringen ja du da springen dankeschön wollte ich hier hier einmal drauf springen und dann hier einfach versuchen ob ich hier die wand nicht hochlaufen kann okay das geht nicht ok und jetzt warte warte mal leute wenn ich springe komme ich ja höher das schaffe ich nicht okay dann geht es wieder hier hoch aber wir wollen das mal kurz leben weil nicht so prickelnd aussehen unser leben weil da blöd man die ganze zeit da rumschießt meint hey ich finde das lustig wenn ich euch abschieße haben wir noch ist ach so ich muss ach so warum willst du nicht wie soll ich das machen kann ich ja irgendwie hoch oder so bringt mir das was ich sehe gar gar nicht neu so einmal kurz ich gebe aus machen tut mir leid und hoch da die die kann ich da irgendwie an die wand bringen oder wollte er echt einfach viel mehr schwung für moment ich habe noch eine idee wenn ich hier wo springen und dann Was? Oh, nicht. Hä? Okay, das ist Hammer-Uncool. Und hoch da. Hoch. Und. Wasser anhalten. Nein, geh weg mit deinem blöden Ding. Hammer-Uncool. Wie soll ich das denn machen? Kann ich hier nicht abkürzen? Jo. Jumpen. Okay, nee, doch nicht. Hö, Leute! Was soll ich machen? Ich kann aber auch glaub... Jo. Ich kann aber auch, glaub ich, nicht dann wieder an die Wand, wenn ich diesen komischen Ding anhänge. Äh, ja. Das ist jetzt uncool. Gibt's da irgendwas, was ich machen kann? Hier irgendwo? Die Lampe oder so? Nein. Oh, lass mich doch mal in Ruhe hier umgucken. Oh, um Puppen gucken. Meint, er schießt wieder? Äh, ja. Das ist jetzt ziemlich blöd. Oh. Ja, und tot. Aber nice. Kann ich noch weiter an die Wand und dann... Ich kann nicht an der Wand langlaufen. Hä? Oh, Leute. Ich werde das einmal kurz probieren. Und wenn ich weiß, wie es geht, ähm... Melde ich mich bei euch wieder. Ähm, bis gleich, würde ich sagen. Ja, Leute. Da bin ich wieder und es ist total einfach. Es ist mit meinem... Megageilen Lieblingsteil gemacht. Oh. Okay, so einfach ist es jetzt doch nicht. Scheinbar. Äh, vorher machen wir kurz die Vasen kaputt, damit wir da... Bestimmt mein Lebens... Ne. Ach, Mann, ich vergesse es immer. Komm, schieß doch, du... Pussi! Und zack und zack und... Jump! Haha! Mein geiler Jump, Mann! Leute! Wuhu! Warum hab ich da nicht dran gedacht, Mann? Total der geile Mega-Jump und ich mach's nicht. Den geilen Jump, Mann. Oh. 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 Und hoch. Nyaaam. Leu. Achso. Da hoch. Ich dachte schon. Nyaaah. Hilfst du mir? Nö. Nya, 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 nya. Such dir eigene Hilfe. Was macht der da? Sucht er da, Breakdance zu machen, oder wat? Ja, von mir aus. Leu. Hammer und cool. Ich spring einfach runter. Egal. Habe ich natürlich extra gemacht, Leute, weil hier unten sind Vasen. Jaa, darum hab ich das gemacht. Weil ich das schon voll geplant und gewusst hatte. Jaa, und nicht, weil ich da außersehen runtergefallen bin. Nein, das stimmt gar nicht. Ihr lügt jetzt. Ganz doll lügt ihr. Achso. Und schick. Hoch, 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 hoch. Nun, wie dann hier eine Richtung auslöst. Nein! Oh, wie uncool. Mega fail, ey. Ich glaube, ich sollte mich kleiner fail, Tom, nennen, ey. Im Moment hatten wir das Thema nicht schon mal. Na, was macht ihr? Du, machst die Tutsu! Ich will aber nicht. Okay, dann mache ich das. Ich bin Hulk. Ich finde die Statuen genial, Leute. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Leute, warum rutscht ich da unter? Der will schon wieder Hilfe. Ah, und der ist beim Breakfast umgefallen. Ich helfe dich hoch. Oder hast du vergessen, hier war das zu wedeln? Hier mit dem Palm wedeln, wedeln, wedeln. Ey, Alter. Wie geil. Leute, es ist mal grün bei uns. Ist das nicht geil? Wir haben nicht mehr das langweilige Nichtgrün. Leute. Ich komme. Leute. Darf ich da mal vorbei? Okay, dann nicht. Moment. Momentchen. Warum? Alter! Gehen wir nicht auf den Sack hier? Ähm, warum waren wir da unten jetzt fallen? Ja, okay. Dann lass die Fallen fallen sein, weil wir fallen da nicht rein. Haha, warum waren wir da schlecht? Er muss mal liegt finden. Er muss vor eurer Tasche gewandt werden. Ja, okay. Wir müssen mal liegt finden, weil wir müssen den, ne? Und so habt ihr gelesen. Und gehört. Und gelesen hören. Hören tut und tut. What the f- Nein, ich will jetzt. Er ist hier. Was? Du schon wieder? Was machst du hier? Hast du wirklich keine Hobbys oder so, hä? Hä? Oder wat hier? Was geht denn bei dir? Wuhu! Bam, man. In your face. Es ist aber tot, oder? Oder? Huah! Und hoch. War das auch knapp. Hm, was das wohl bewirbt, das weiß ich gar nicht. Bestimmt, was das nur ein Schalz und dranhängt. Und na, das ist ein Schalter. Toch, Mensch. Wie viele Gärten gehören sie den Wundernherz zu. Einfach Ries in mitten an der Wüsten. Sie sind einfach schöner als in aller Inneren. Na, sie sind nicht schön. Ja, wo er so schön mit den ganzen Statuen und alles und mit den Trümmern und alles tut. Da, schön als in der Nahrung. Leute. Ein Sandsturm? Gleich ist es nur ein Zufall. What the fucking hell? Alter, du gehst mir langsam wirklich auf die Eier, Digga. Ist es nicht mehr auch los, dich, du. Wo ist der Sandsturm jetzt, Leute? Der ist immer noch. What the fuck? Ja, ist schon ein bisschen groß, würde ich sagen, ne? Uhu. Und er ist echt behindert, wie viele Knöpfe man drücken muss für so einen Sprung. Da, schon wieder einer, der Rackers versucht. Wetten und im nächsten Foto... Foto in Anführungsstrichen. Da liegt der... What the? Alter. Was bist denn du für einer, hä? Mann, der nervt ja schon ein bisschen langsam. Wow, nein, ich spring. Du sollst ja null langlaufen und... Boah, Leute, es ist so uncool. Ich muss auf der Umschalttaste, also Großschreibtaste... Äh, die muss ich drücken, damit das Wasser stehen bleibt. Und ich muss die, ähm, STRG-Taste drücken, damit ich diesen geilen Sprungjump mache. Und das ist total scheiße zu teilen, würde ich sagen. Läu... Äh... Ich drück doch. Oh. Ne, ne? Oh, als ob. So, und... Warum müssen wir jetzt hier hinten schon wieder anfangen? Das ist voll uncool. Ja, wir sehen, ob wir uns hier reinbauen können. Ne, kann man nicht, okay. Ja, diese Gärten gehören zu den Wundern. Danke. Möchte ich überspringen, weil wir die schon gehört haben, dass das... Die Gärten sind, die super toll aussehen mit den Schatten und den Trümmern und... So. Aber ich finde die Wasserspucker jetzt viel cooler. Ja, haben wir auch schon gehört, dass er ein Sandsturm ist. Und wir haben auch schon die alte Pussy da wieder gesehen. Läu... Kommt doch, wenn man nicht wartet. In der Ruhe liegt die Kraft, ne? Und Geduld und sowas. Es gibt ja ganz viele Sprüche für, ne? Uh, du bist ein böser Mann, der dich jetzt abwirft. Aber wie kann ich denn da hinspringen zu den Alten? Oder muss ich da wirklich bis zum Schluss... Alter, Leute, das geht nicht. Ich kann machen, was ich will. Ich kann nicht zu denen drüber kommen. Ich kann nicht zu denen hinjumpen, weil das muss, glaube ich, auf gerader Strecke sein. Das ist aber nicht so ganz so. Läu... Läu... Hua... Läu... Ich drücke, ich drücke und es passiert nichts. Ah. Sorry, weil das jetzt ein bisschen laut war. Aber es regt mich gerade ein bisschen auf. Weil die Kamera hier so assi rumspackt. Entwickler, was habt ihr euch dabei gedacht? Mhm. 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 Leu. Ich mache mal das Update-Menü auf. Nein, ich werde das nicht nochmal von Anfang an machen. Kannst du knicken. Was soll denn der Müll? Warum kann ich dir nicht anvisieren dabei? Und ich bin schon wieder gesprungen. Alter, liebe Entwickler, was habt ihr euch echt dabei gedacht? Das ist voll die behinderte Kameraposition. Puhu! Oh, Entschuldigung, Leute. Ah, lohu. Was soll denn das? Wie soll ich das machen? Weil ich muss gerade auf die Gegner zulaufen, damit ich das machen kann. Aber das kann ich da ja nicht. Bad using! Ja, haben wir gesehen. Danke. Entschuldigung, Leute. Wenn ich jetzt ein bisschen huste und genießt habe. So. Lol. Hammer und cool. So, und jetzt labert er wieder. Zack und zack und zack. Und Leute, hier werde ich eigentlich nochmal einen kurzen Cut machen. Sorry wegen dem Husten und so. Ich werde mir kurz überlegen, wie ich das mache. Damit ich da weiterkomme. Weil ich kann so nicht springen. Also bis gleich. Blumen, hier sind mal rein. Danke. Danke.